allöchen allöchen da sind wir wieder bei the forest mit wober auf schwer und wir haben gestern eine höhle gemacht und hier ein bisschen was hingestellt so fürs aus chillen sozusagen falls mal einer von den vorbeikommen möchte hier nekidai oder so aber bitte nur vorleins und ja hoffe dass das alles so schön wird ich hätte heute eigentlich vor acht ja auch fertig gemacht genau jetzt eigentlich lust noch eine höhle zu machen ich habe irgendwie blutgeleckt jetzt aber erst mal geschlafen habe ich glaube ich bin mir da nicht so sicher ist ja gut dass die sachen hier drauf nicht verkümmern weiß jetzt auch was dieser stamm mit dem tropfen heißt nämlich harz warte mal guck mal hier habe ich da noch da hat ich schon noch ein paar über kann ich direkt in den stuhl investieren 16 stück noch jetzt habe ich auch eine uhr ich habe schon 10 und I need your Fleisch und your Fell. Da gab es doch was. Machen wir hier unsere Jagdhütte raus. Das Fleisch aufhängen. Ach, ich wollte das da rein tun, ich Depp. Ich wollte da doch noch was aufhängen, Moment, äh, nicht aufhängen, hier. Boah, leck, leck mich fett. Steine zu gezielt suchen werde ich nicht, wenn ich die jetzt hier finde, dann nehme ich die mit. Was wollte ich jetzt hier? Stöcker holen noch, ne? Viele noch, sieben. Wo sind eigentlich die Trollköppeln? Die waren schon länger nicht mehr da, ne? Habe ich die jetzt alle ausgemerzt? Die sind jetzt alle so verschrocken. Kommen da immer weniger, je mehr man von denen in der Höhle tötet, oder? Upsa. So, hier kann sich dann jemanden zum Besuch hinsetzen. Anders wieder neben mir. Mich, mir, mich, mir. Schade, dass es keine so eine Vorhang-Ecke gibt. Hier würde ich hier einen Vorhang drüber machen, oder vormachen. Was gibt es eigentlich denn noch? Ich habe ja noch nie alles gebaut, ne? Das wäre ja schon richtig Hammer hier. Aber der hängt hier zu tief. Da rennt es ja dann jedes Mal vor. Ist dann nix. Stock. Hasenfell. Wofür brauche ich denn dein Hasenfell für? Ne, Quatsch, warte. Dann will ich den aber auch nicht bauen. Schädel-Dekoration. Schädel-Lampe. Beistelltisch habe ich schon gebaut. Holzbank. Tisch. Stimmt, die Essensecke, die wollte ich ja noch machen. Das ist aber blöd. Hier passt nichts mehr rein. Ich habe ein bisschen zu eng gebaut. Dann muss das doch nach oben. Eigentlich wollte ich ja das Lager bauen, aber irgendwie... Komme ich da gerade hinzu? Komme ich da gerade hinzu? Ist auch wieder nicht gerade. B. Würde den... Die Knochenwürcht möchte ich ungern dafür verbraten. habt ihr nur noch der damit das tisch das heißt ich brauche noch einen hasen hier noch ein ding ist aber wir können jetzt erst mal pennen gehen coach sieht so gemütlich aus dass ich mich fast darauf legen würde ach den weg wollte ich noch bauen das ist einmal hallo nur noch 58 kann man nicht schlafen deswegen die karte eben einer rum ich habe es gesehen ich habe es genau gesehen stein davon mit wird sie gar nicht drüber aber das ist kacke aus hier links und rechts kann immer noch nicht pennen der nächste mit hase und noch eine mit der echse fisch geht ja nicht muss mir hier noch was einfallen ist ob ich das hier vielleicht mit einem seil mache das hier würde ich gerne noch abbauen hier weil das echt schief steht noch mal voll futtern ich werde aber gleich noch mal losgehen wir ausgeschlafen haben das ist nur noch 43 jetzt kann ich aber gleich jetzt brauche ich nicht mehr schlafen zu erwarten zu gehen warten zu gehen loszugehen meine ich und gut nacht meine freunde der nacht einmal schon wieder und einmal licht aus wir haben keine mehr gesehen keine eingeborene mehr wo kommst du denn ja ich habe ich doch nie gesehen wo ist der hin um zurück du bist kein waschbeer das ist auch kein waschbeer wo war wo ist der hin auch meno da hinten der höhle waren wir dann jeweils nächstes in diese würde ich mal so behaupten dann werde ich jetzt noch was essen gehen und dann was trinken ein scheibchen mitnehmen zum fordern habe abwechslung so das war voll daneben aber du weißt schon dass der leuchten ist an der hand das und dann ich direkt mit dem du bist blutüberströmt das ist ja ein stock die hatten wir jetzt schon lange nicht mehr zum besuch der andere war hier und den arsch anbrennen der 10er ich habe hingeht weg damit spinnen ekelhaft immer noch keine neuen drin komisch fürchen das war heiß auch schon ja zwar schon 1 2 3 4 5 6 jetzt ist ich fast durch feuer gerannt das wollen wir die sommerzeit wieder haben heute wird euch in die höhle gehen ihr merkt ich traue mich noch nicht so richtig aber komm jetzt gehen wir ich speichere nochmal und dann gehen wir los vorerst nachher wieder zeitlich nicht passt alles oben war dort ne warte mal oben 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 die stemme noch mitnehmen die zwei den einen machen wir dann später wenn wir wieder zurückkommen nehme ich den noch mit hoch ist ja auch noch nicht fertig hier acht stück brauchen wir davon doch und dann geht es jetzt ans werkelchen ich würde speichern in der höhle ist es eh dunkel da ist ja egal ob es tag oder nacht ist halb fertig haben wir den jetzt schon fast nicht ganz haben wir jetzt in der höhle oder war in der höhle wo ist die andere höhle und die höhle wollte ich reingehen genau trenne ich hier wieder falsch oh ne nicht essen don't eat this shit hier wollte ich als erstes bauen aber da hätten wir von oben hier in die in die Bude reinspringen können ja das ist ein koffer drin toll egal 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 ich nehme erstmal da in die rein sind arm sie möchte ich auch gerne mal umlegen oder 2345 schon bei dir so eine tolle rüstung haben oder bringen und dann geht es zum nächsten Mal Ja, rein in die Jute-Stube, wa? Ich habe Angst. Ich werde hier bestimmt drauf gehen. Ich habe gespeichert, ne? Achso, ich muss ja erst mal hier. Uhuhuhu. Light on. Ich kann die Helligkeit hier leider nicht nachmachen. Ich könnte mal Alt-F2 war das, glaube ich. Ja. Äh, Filter hinzufügen. Er hat war noch nichts, da? Ja. Ne, sieht man auch noch nichts. Dann mache ich das wieder weg. Das ist die, äh... Ist das von, äh, äh, wer ist jetzt? Nachtmodus. Das sieht nur irgendwie komisch aus. Gibt es die Farben zu energisch? Ne, dann, äh, lasse ich das. Ach, das eh gerade Fotomodus, sag ich gerade. Hier, Spielefilter, das war's, genau. Ich habe auch nicht so viel mehr. Aber ein bisschen mehr, hoffe ich. Zumindest, wenn das Licht an ist. Ja. Sieht zwar von der Farbe ein bisschen kacke aus, aber besser kriege ich es nicht hin. Hupsa! 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 Ja, es ist auch so etwas Höhen undpekt Again! Es ist auch bisschenaby. Im tote Pool rauscht, ne? Ja. Im kommst ihr oben rauscht? So, ich besser. So, ich muss aber noch mehr Pfeile rumfliegen irgendwie. Ähm, kann ich den in seinem Kopf mal eben haben? Vor allem will ich da nämlich gleich leistige Aufhängen bei mir. Den Kopf, nicht den Arm. Bin ich von hier aus reingekommen? Scheint so, ne? Ne, ich bin doch von hier aus gekommen, oder? Na klar. Ja, ich bin von hier aus gekommen. Was? Ähm... Ähm... Ich fetsche mich mal eben kurz hier durch. Obwohl, warte mal. Warte mal noch mal, doch nochmal zurück. Und vielleicht geht's ja hier nirgendwo mehr weiter. Ähm... Okay, doch. Aber hier muss ich runterspringen, ne? Da würde ich erst reingucken, weil hier ist, glaube ich, eine Sackgasse, ne? Ja. Was habe ich eigentlich davon noch? 187, das ist doch... Ist doch mal eine Hausnummer. Ja. Oh, hier geht's runter. Junge, Junge, ey, ich werde mich doch hierher muss das verirren. Warte jetzt, die ist ja auch noch kaputt. Das dauert mir zu lange. Äh... Da war ich noch nicht, ne? Ja. 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 Ach, Göttchen. Was ist das? Nur Schuhr. Ach, Göttchen. Das ist nicht die, die ich denke. Oh, doch, das ist die, die ich denke. Habt ihr gesehen? Ja. Amen. Alter, Alter, Alter. Das ist aber mit Kindes. Hallo, Licht. Was hast du? Na? Date. Ich bin ruhig, tut es mir leid, aber ich bin mich hier so am Konzentrieren. Lass uns mal feuern. Oh. Rätten wir aus? endlich die erste erste rüstung von arm sie ich wollte etwas gemacht haben ich wollte das essen genau das ist junge ich bin gerade ein wenig ich glaube ich habe mir eine buchs gemacht aber ich mache jetzt feierabend wir haben das hier schon mal geschafft haben sie ist besiegt zumindest der erste und den rest ob ihr seht was ich gerade mache zumindest hört es wir sehen uns dann morgen wieder ich hoffe es hat euch spaß gemacht und sei genauso froh darüber dass ich das geschafft habe ich und ich hoffe ihr seid morgen wieder dabei ich wünsche euch da was irgendwann das abo und das like bis morgen euer bober tschau tschau